Radio 1. Die freundliche Übernahme. Musiker machen Radio. Und heute mit mir. Hier ist euer Flake. Ich wünsche Ihnen erstmal einen guten Abend. Oder für uns Musiker ist er jetzt noch morgens. Ich will mich erstmal vorstellen, ich heiße Flake. Und auch wenn es keiner glaubt, ich heiße wirklich so. Das steht Pass und auf der Geldkarte. Und ich hatte ein Problem, ich habe als Kind sehr stark gestottert. Und ich stottere jetzt noch ziemlich. Deshalb wundert mich auch ein bisschen, dass ich hier moderieren soll. Aber als Kind war das so schlimm, dass ich beim Einkaufen kein Wort rausgebracht habe. Und da wurden schon früh meine Weichen gestellt, was ich so essen werde und was ich gut finde. Weil Jagdwurst ging ganz einfach. Bei Teewurst, da hatte ich Schwierigkeiten. Und dann habe ich einfach immer das bestellt, was ich aussprechen konnte. Oder ich habe versucht, die Sachen ganz schnell zu umschreiben, indem ich gesagt habe, ich nehme die braune mit den Fettklunkern. Schwieriger war es bei Zigaretten. Ich habe nur Semper geraucht, weil Karo, Club und Kabinett, da war dieses K. Das konnte ich überhaupt nicht aussprechen. Da stand ich immer nur mit offenem Mund da und habe nach Luft gejapst. Bei Semper, da hing das wunderbar. Blöde war es nur bei meinem Namen, weil meinen Namen, den konnte ich ja jetzt schlecht umschreiben. Ich konnte ja nicht sagen, ich bin ja lange mit der Brille. Und deshalb habe ich mir einen Namen gesucht, den ich auch aussprechen konnte. Das Problem war nur, dass keiner den Namen Flake kannte, dass die gefragt haben, was Schnake, Flake, was soll denn das sein? Was ist denn das für ein komischer Name? Aber das war mir immerhin noch lieber als ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Musiker sterben ja oft in Verkehrsmitteln, also im Auto oder gerade auch im Flugzeug. Und ich selber habe auch vierische Flugangst gehabt, weil das war wirklich schwierig. Gleich bei einem meiner ersten Flüge ging beim Start, wenn sowieso alle so aufgeregt sind, gab es einen Knall. Und dann spritzte auf uns von oben so eine bräunliche, beißend stinkende Flüssigkeit auf uns runter. Alle fingen an zu schreien und hinter mir hat irgendein Typ gesagt, ah, die Hydraulikflüssigkeit. Und der sah so ordentlich aus, da dachte ich, der hat Ahnung und dachte, oh Gott, jetzt stürzen wir so völlig ab. Und hatte seitdem überhaupt keine Lust zum Fliegen. Natürlich sind wir nicht abgestürzt, sondern ein Imbissbudenbesitzer hat versucht, Gewürzsoße zu schmuggeln. Und hat die oben in den Gepäckfächern verteilt. Und beim Start ist durch den Druck sind die alle geplatzt und die Gewürzsoße, die lief auf uns aus. Und das war jetzt ja nichts Schlimmes. Aber ich war so tief geschockt, dass ich ja nicht mehr fliegen wollte. Das hat sich mit meiner Band-Entwicklung nicht gut vertragen, weil wenn ich da nicht fliegen wollte, wäre ich aus der Band geflogen, weil das jetzt sehr schlechtes Wortspiel ist. Und ich habe dann irgendwie versucht, dagegen zu kämpfen. Und habe versucht, mich mit Alkohol zu betäuben, mehr oder weniger. Hatte aber den Nachteil, dass ich dann im Flugzeug betrunken saß und immer noch Angst hatte. Für die Umsitzenden waren das dann nicht so lustig. Deshalb bin ich dann umgestiegen auf Valium. Da habe ich zwar nicht so rumgenervt, da habe ich nur so vor mich hingedämmert und rumgesabbert. Angst halte ich so trotzdem noch. Und dann bin ich aus dem Flugzeug ausgestiegen und hatte ganz weiche Knie. Beim Konzert am nächsten Tag oder am selben Tag war ich dann immer ganz schwach und musste mich immer so hinsetzen und bin eingenickt. Also das hat auch nicht so funktioniert. Dann habe ich mir von einem abgestürzten Flugzeug ein Teil besorgt über drei Ecken, weil ich logischerweise dachte, ein Stück Flugzeug, was mal abgestürzt ist, kann ich nochmal abstürzen. Das geht schon rein statistisch nicht, dass ein Stück Flugzeug zweimal von oben nach unten fällt. Und da habe ich mich dann ein bisschen besser gefühlt. Da hatte ich immer das Ding im Gepäck. Das hat mir dann zwar die Schlüpper immer so zerrissen, weil das so scharfkantig war. Und bei den Sicherheitskontrollen gab es immer Schwierigkeiten, weil das ja aus Metall war und gepiept hat. Und weil die immer wissen wollten, was ich da für ein komischer Teil mit Schleppe. Und da musste ich denen immer erklären, ja, ist ein Stück Flugzeug, brauche ich zum Fliegen. Wir haben immer so Clash gesagt, weil wir dachten, das sind die Coolen, die Clash sagen und nicht Clash. Und fuck statt fuck. Also mir wurde gesagt, dass Clash sich selbst auch Clash genannt hat. Obwohl ich es jetzt auch nicht glaube. Hallo, hier ist immer noch Flake bei der freundlichen Übernahme auf Radio 1. Und da fällt mir ein, ich habe auch noch ein Buch geschrieben. Wollte ich noch sagen, weil das Buch heißt Der Tastenficker. Und ich wollte unbedingt mal Tastenficker im Radio sagen, weil man so etwas ja sonst nicht sagen darf. Aber da das Buch Der Tastenficker heißt, kann ich natürlich auch Tastenficker im Radio sagen. Das war die Gruppe Truck Stopp. Und ich dachte eben, das ist die Countrymusik. Ich habe erst viel später, habe ich dann gehört, dass es auch echte so Countrymusik gab. Mit richtigen, guten Leuten wie Johnny Cash und Hank Williams. Und da setzt bei mir erst der Aha-Effekt ein, dass es ja auch die Musik in richtig gibt und in gut. Und diesen Aha-Effekt, den habe ich ja so öfter bei vielen nicht weiß. Zum Beispiel, wie ich seit einem Jahr, dass Hamburger nichts mit Hamburg so zu tun hat. Das Hemm heißt Schinken oder Speck. Und Burger ist das Brötchen. Und Hamburger heißt einfach Schinkenbrot, Schinkenbrötchen. Und das hat nichts mit Hamburg zu tun. Und neben dem Aha-Effekt habe ich auch manchmal den Sambuka-Effekt, falls den jemand kennt, wenn man in Urlaub fährt und trinkt dann abends gemütlich so einen Sambuka unter der griechischen Sonne. Und dann kommt man nach Berlin, hat sich eine Flasche so mitgebracht, setzt sich zu Hause an den Küchentisch und denkt, was ist denn das für ein ekelhafte Zeug? Die Band kommt aus Amerika, genauer gesagt aus Detroit. Und das ist eine wunderschöne, faszinierende Stadt. Also wer noch nicht da war, der sollte mal hinfahren. Man hat da wirklich das Gefühl, als spielt man in einem Endzeit-Film mit, aber das ist alles echt. Das ist wunderbar, auch im Stadtzentrum, das ist nicht so überlaufen. Erinnert mich ein bisschen an Eisenhüttenstadt. Ich kann mir das leider nicht verkneifen, auch immer wieder einen Titel so von mir reinzulegen. Weil wenn die Chance schon mal da ist, dann mache ich das auch. Und man muss bitte nicht auf den Text hören, weil das ist im Arbeiter Englisch gesungen. Das heißt, ich habe englisch klingende Wortfetzen genommen und sinnlos aneinandergefügt. Und wer da was zu verstehen glaubt, der muss eine andere Sprache können als Englisch auf jeden Fall. Hier kommt, also ich habe es genannt, my home. Aber man kann das im Prinzip nennen, wie man will. Damit will ich mich auch langsam von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Ihnen hat es ein bisschen gefallen. Hier auf Radio 1 ein sehr guter Sender. Ich ziehe mich zurück und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit den weiteren Sendungen. Bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Danke. Radio 1 Die freundliche Übernahme Musiker machen Radio